Das ist Alex. Alex hat gerade seine Matura hinter sich. Er hat mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und möchte nun Medizin studieren. Nach sechs anstrengenden Jahren ist er fertig mit dem Studium und kann sich auf seinen ersten Job im Krankenhaus freuen. Alex spezialisiert sich auf die Fachrichtung Radiologie. Nach weiteren fünf Jahren ist er Facharzt. Bald wird er zu einem nominierten Radiologen und macht sich weltweit einen Namen. Leider hat er eine schlechte Zeit erwischt, um Radiologe zu werden, denn die künstliche Intelligenz übernimmt mit der Zeit immer mehr von seinen Aufgaben. Noch dazu erzielt die künstliche Intelligenz genauere Ergebnisse. Auch Sarah aus der Chirurgie beklagt sich über den vermehrten Einsatz von Robotern in ihrer Abteilung. Im Operationssaal erreichen die Roboter eine viel höhere Genauigkeit und haben fast keine Fehlerquote. Alex und Sarah sind frustriert und sorgen sich immer mehr um ihre Zukunft im Krankenhaus. Alex und Sarah wünschten sich, ihre Ausbildung hätte sie darauf vorbereitet. Für die beiden ist es nicht einfach, doch zum Glück passierte das Ganze erst gegen Ende ihrer Karriere. Aber für ihre Kinder gibt es Hoffnung. Mit der Plattform MoRobot kommen neue Generationen mit Zukunftstechnologien in Kontakt, um sie auf die Digitalisierung vorzubereiten. Alex-Kinder lernen, wie sie die Robotik zu ihrem Vorteil nutzen können, um das größtmögliche Potenzial aus Mensch und Maschine auszuschöpfen. Mit innovativen Ausbildungskonzepten für Schulen und Universitäten, um Basiswissen im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz zu schaffen, bietet MoRobot eine Hard- und Softwareplattform. Damit können Anwender aus allen Ausbildungsbereichen die Werkzeuge der Digitalisierung verstehen, einsetzen und die Zukunft mitgestalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017